das ist nämlich fast kaputte schuhe und alles mögliche irgendwo ist da ein zombie ja bei mir ja marschel gerade lass mich ertrinken ja ich auch ich ja gerade in der hülle ihr seid ja ja die geht von unserem dings aus glaube ich oder keine ahnung binne bringe mich um ja da ist sie da ist wo leck ich will mich runter mit er kommt damit Juli Juli kommt schnell her ich weiß wo es war leuchtet da ausleuchtet aus eine eisenspitze ja und ich habe kein eisen und er hätte hatte kommst du da irgendwo gestorben hier und nicht hier oben irgendwo ich glaubte ich glaube bis laut lieblos gesehen nein das waren die aus what the fuck jetzt letzten bisschen ich glaube hier oben warte scheißen warte wir holen uns die wir sind sie sind zu hoch für eisen er führt die erst sichert die waber hier mach mal hier leuchtet mal hier ich will nicht vorrecken dann ist das ist das ist level 17 oder machen wir mal ein paar fackeln hier warte hier ist gold du hast gold übersehen ich hab halt noch nichts abgeworfen ich brauch noch ein eisen gib mir mal ein paar fackeln Juli achso hab ich dir gerade ja ja hab ich gesehen äh ist das deine fackel da vorne ja jemand erlangt das sind noch äh erze ja ja ganz viele sehe ich gerade das war nix hehehe ok das kann auch unspassig für uns beiden hier werden so auf der insel ja hoch oben in den lüften ok kommst du mit? ja Juli wir müssen das jetzt schnell finden ach wirklich? weil sonst haben wir erst keine diamanten ihr habt doch die sieben diamanten ne wir haben die nicht ihr habt die äh warte nein das war hier nicht das war nicht das hier oh sorry man ich weiß doch wo das war ich hab sie gesehen du hast die augen gesehen what the fuck what the fuck was ist das für ein komischer Viech achso das ist glaube ich das texture pack das ich drin hab ist das ein zombie? ok wir müssen hier nach ganz unten oh ma wie weit geht das runter ey ja da bin ich eben runtergedockelt ok warte lol lass komm mit pass auf äh willst du das schwert nehmen? ja gib mal fuck die sind da yeah Juli Juli du bestarrt du bestarrt du bestarrt du bist richtig das sind keine Ben nur noch Ben ist dein Leben doch da waren welche ich hab keine ach Gott ganz da hinten hast du welche gesehen? ja ich bin hier auch mit einer Labe verreckt ach lol das sind echt welche fuck diesen Skelett nein 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 was nein Jo was mach du mal du hast das schwert äh leg leg zombie war hinten und binne aua dann leg nein ah ich kann dort gar nichts mehr machen ich hab das Skelett grad schon getötet ähm bei mir steht hier alle auch gerade ja weil wir alle stehen nein Juli steht sowieso ich glaub bei Jonas köpft euch das Internet ab ne hoff mich jetzt nicht hey lol ja blöd bin ich nicht ne lol von wem wurde ich jetzt angestupst bitte vom Benico ja ich wurde auch von dem angestupst ich schreib ihn ich schreib ihn ich schreib jetzt ja ja warum nimmst du den Smaragden nicht mit du Schlaumeier ich dubste den in Caps jetzt an mit was ja sehr gut Kicher ja zwei Dias einer ist zwar verbrannt aber jolo ja ich werde mich hier in die Lava gefallen äh dann gebt uns mal drei wir brauchen drei Stück aber ein Herz und mit der Reifung der Montag die Diamanten gesehen das ist immer hier und wenn man das Bild von mir Prozent ich habe nur Spitzhack ja ich bin ich habe und er hat gesagt sagt er will für dich wenn du willst ich gebe dir alles und lasst mich ein bisschen bieten ob er stütte dich ein weiteres Spiel ja ich will nicht die Stütte bist du doch so zu tun ja ich bin nicht alle Sachen wenn ich die Tüte bis zum Video sowieso kriegt man eigentlich Erfahrungen wenn man abkratzt dass ich mache ich die neue Hausfrau Prozent der als noch eine zweite Spielzeit ja wo ging es hier hoch ja achso ne habe ich nicht Juli ich habe nur noch die hier und eine Eiserne du bist in der Kackenung mach doch geschön eine ok da hat die Verbindung getrennt Juli du hast doch alles dabei nein wer dann Benico ok oh oh shit ok hier ganz schnell wieder zu machen müsste ich ja noch nicht genau draußen finden mach geschwinden Ofen wer ich ja oder soll ich einen machen ne ich mach einen da geht es hoch oder hier hole ich weiß nicht mehr wo es hoch ging oh fuck labber ich weiß wo ja ich weiß auch wo ich bin hier gerade glaube ich ja nicht sterben nein ich bin hier gerade aber ich äh nein bin ich gar nicht oh geht's hier hoch ich sehe nur da eben die Namen sind so scheiße die haben die mit dir das bestimmt gesehen ja von da und wo hä geht's ja noch lang oben äh ich muss mal schnell gehen wartet mal kurz wartet mal kurz ihr habt nichts mehr zum Essen ich hab was komm her warte da ich bin da beim Ofen ich hab grad mein letztes Fleisch gegessen tja ich hab noch 13 13 Steaks und 22 Rinder wie hast du das ganze Essen mitgenommen ja Rinderfleisches wo bist du jetzt hallo wenn man auf eine Höhlentour geht da muss man was einplanen du mich was sind das für Lex schon wieder alter was das du mega Lex da da liegt's da liegt's hinter dir danke ach und hier nochmal 3 eigentlich können wir gleich alles zu Eisenbahnen machen wie hättest du echt die anderen Diamanten gehabt die 7 die hat Jonas Kat jaja aber die sind weg ne ich denk schon ach man ne ja das war das deine Schuld Janus jaja f*** dich juli ich glaub wir buddeln da runter wo wir wohnen wer ist denn dafür ja weil da war ne Mine sterb nicht nicht sterben lava 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 haha ich seh's schon nein nein juli halte durch ich dachte man soll sich vorbereiten dann würde ich auch mal immer Wasser mitnehmen ne wenn ich durch aufs maracken bei dem inventar wahrscheinlich oder ja 5 ja guck mal hier oben liegt einer ja das ist glaube ich meiner warte pass auf bevor du da runter fällt nein wir machen das ganz anders ach so ok dann so juli juli wir bauen uns nader portal ok wie gegen das stimmt was ich mach jetzt nicht oder komm mal her hier ist wieder zwei äh was machen wir ich erfüllen zu gehen juli ja bau dir ne spitzhacke ich kann mich noch zurück warte lass mal irgendwo hier ne versteckte Kiste hinbauen hab ich schon hehe da drüben hier irgendwo hier irgendwo ach nee warte die hab ich bitte weg gemacht und soviel zum thema hier gibt's keine ich will die da hin oh kohle warte jetzt hab ich die Dias vergessen sollen wir den abbauen oder reintun ich würde den reintun mach mal ach ja ich habe die Eisenpickel was kannst du aufnehmen Janis machen wir jetzt erstmal Steinspitzhacken alles ich hab noch 5 freie Plätze ja schon mal mit der nur die Rohstoffe abbauen ja halt da war ich nicht äh juli bau doch hier geschwindet bau doch da einfach das Ding weg ist obsidian ja ja warte 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 aber warte weil guck mal was man hin wieder von mir will es wäre vielleicht schlau natürlich wieder whatsapp war klar äh juli äh es wäre vielleicht schlau hier so wasser drüber zu machen nein nicht ne lukas hat geschrieben ich hab shift gedrückt ja ok ich beschütze dich solange wie viel brauchen wir 10 für einen zaubertisch brauchen wir dann 14 na zaubertisch haben wir doch schon der jonas ja ist doch scheißegal ja 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 transport